Servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play GTA 5 hier auf Jumpstuff Und wir spielen jetzt Michael, nachdem wir beim letzten Mal Simeon ein bisschen, naja, ich möchte mal sagen, Angst gemacht haben Und auch mit ihm hier, wir haben nur 7600 Dollar Ähm, ich will diese Fremde-und-Freaks-Mission machen, die ihr in der Minimap rechts oben sehen könnt Und ich will mir ein Auto klauen, um dorthin zu fahren Michael, du hast diesen Platz gekauft und benutzt ihn nie Ich habe Schlägerhaltung und Ballkontrolle echt verbessert Trainer nimmt mich sehr hart ran Witzig, halt, was waren da noch für zwei E-Mails Schlagringe jetzt auf Lager Dr. Freedlander Ach, das ist der Therapieputzi Na, das liegt sich jetzt nicht vor Wir gucken mal, was für ein Freak sich da versteckt Bei den Fremden und Freaks Ach, das ist der Drogenfuzzi, ne? Say yes, San Andreas Excuse me, sir, can I talk to you for a second? The fuck are you talking about? I am talking about a hotline straight to heaven That this state makes illegal Yeah, this is what I'm talking about I don't give a fuck about refund They rigged the vote I saw the ballots, it's a lie It's democracy at work, amigo Democracy can suck my fatty Democracy only works when it lets intelligent people do what they want This? This is tyranny by morons Well, I got things to take care of in a little place called reality You wanna drag? Nah, I'm not a drug guy This isn't bushweed This is mana I brought myself No paranoia, no weirdness A passport to Nirvana Fuck, give me this Yeah, here, you'll hardly feel it Yeah, I smoke all day Yeah, I smoke all day, it's fine Yeah, I know, what's coming The one or the other one of you with all of you is certainly not a brand new game Yeah, I mean I'm sure there's nothing serious, but I never let them get to you Oh, the fuck I will screw myself this I'm done playing games now I'm not aliens You ain't taking me down Das ist so weird einfach. Mega, der Tripp einfach. Ja! Ja! Ich bin endlich verdammt! Wir sind noch nicht fertig? Noch mehr Freaks? Oh! Oh, shit. Das fühlt sich so gut. Ha, 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 ha! Unversehrt, naja. Hey! Du! Du musst dich schlafen? Du bist ein Kopp. Du willst mich nicht verletzen, meine Familie. Wollen wir jetzt zur nächsten Michael Mission gehen. Da steht auch mein Auto. Das heißt, ich muss mir jetzt wieder irgendwas klauen. Ah! Ah! So gefällt mir das. Ich mag Motorräder. Ah! Hohoho! Okay. Unser erster Tod. Musste ja irgendwann soweit sein. Ha, 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 ha! Und sieht super aus. Ja, ich werde viel raus bei Nature. Dann neben meinem supporters. In der Fall Saudita! Weil du dir das verdammt! Ah! eigentlich kann ich auch aussteigen das ist michael's Unterschlupf hier kannst du Fahrzeuge speichern indem du sie in der Garage parkst und das ist mein Auto sieht schnieker aus wird man auch noch ein bisschen aufmotzen und hier ist die nächste Mission ich bin What do you want? Man, I'll come by for that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. You're not gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a big young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years. I've been in this game for a lot of years. I've been out of life. That makes me the right age. You look like a good kid. If you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe, if you're lucky, you'll become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you're gonna rip people off and get paid for it. What you saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? No, I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood, then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time. You know that. I'll tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. Okay. All righty, then. Change of plans. My darling boy is in trouble. I'll do what I can to help with that, man. Lesson number one. It's a good. Don't ever have kids. Hey, man. Look, if I had kids, I don't think no parenting issues would arise over who had both privileges and who don't. Shit, motherfuckers would be lucky to sit in the bathroom. Shit, things that desperate, huh? Oh, but, you know, shit, I was making a point. Pathologizing, self-deprecation. I know it well. Yeah, man, but shit, where the boat at? Little shit's been hijacked. There's somewhere on the western highway. Hey, what? There's somewhere on the western highway. Man, ain't you worried? About my boat? Yeah, I am. But you can always buy another boat. Yeah, tell my accountant that. Man, you can always get credit for one. But have you come repo it? No, thank you. Alright, I'm sorry about that. I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Really? Man, I thought you was retired. Why the fuck do I want to impress some slipper-wearing motherfucker? Ich erinnere mich, als ich die Mission zum ersten Mal gespielt hab. Bring Franklin nahe in die Yacht. Das ist super genial, einfach. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Ich wollte es gerade schon sagen. Fuck, kid. Oh, fuck. Come on, kid. Come on, kid. Come on, come on, come on. Get him. Get him off my ship. Um. Was zur Hölle ist da gerade passiert? Achtung. Have you heard my boy? Or my brother? Do you know who you're stealing from? Be cool, Frank. Be cool. Shit. Knock it off, you stupid prick. Hey, hey. Over here. Get away from him. Kill me, man. Hey, you asshole. Fuck, shit. Ha. Okay. Now go find Jimmy. Ganz normaler Mittag, wa? This is gonna kill me. Dad? Hey, you're the guy from the dealership. Yeah, and it's a wrong story, bro. Jimmy. Kid, watch out for the boom. Fuck. Hold on. Ich sollte da vielleicht runterfahren. Ah, too close. Pull up on him so he can stop in the car. Get your hands off the boat. I've been five years. Oh, crap. Hold on, you little shit. Hey, this little... The fuck is wrong with you, kid? Dad. Don't dad me, you little shit. You better hope she's still seaworthy. Shit. Shit. Ah, shit. Ah, crap. Come on, Franklin. Hey, close, man. Close. Hey, get right up the back of that thing. Shit. Remind me not to come to you for parenting that fight. That everyone? All right. Time to get the boat back. Now that doesn't sound good. Dean, that's the engine, man. We ain't chasing shit in this thing. Hold it together. Ah! My fucking boat! Hey, it's just a thing. At least you still got a son. Hey, it's a chop shop back here, dog. You drivers there, we can get the ride fit. Begib dich zu Los Santos Customs. Das machen wir. Mit der Schrottkiste hier. My boat. It's just a thing. My boat. Please stop doing that. Listen, I fucked up, okay? I'm not gonna lie. That was a really bad judgment call. But shit, dad, I nearly died. And all you give a shit about is this fucking boat. No, not that. It's all we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Or it's not, but it's partly your fault. I mean, I just want to impress you by selling my boat to some gangbangers. I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. I feel like we should be careful with the car a little bit, so you're a asshole. And right now, with my boat, disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, do me a favor. Give this kid a ride home after we fix this thing. I want to headbutt the road in peace. Oh, great. Leave me with the home invader. I'll get it done, dog. No problem. Dad! All right? Enough. Franklin, do me a favor. You got a little taxi, will ya? Sure thing, man. Hey, I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs, by the airport. All right, thanks. Thanks, man. Hey, so you, uh, do months yachting? Not anymore. No, I don't. Before, I mean, man. No, no, not really. This little shit stays in his room all day, and I don't have any other people to go with, you know? I like looking at it. Looking? Yeah. You know, I come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink, and look at her. Jacqueline. It'll clear my head, you know? Let me dream. Jacqueline, huh? Well, maybe you need to do some other shit to fear your time. Dream of the dreams, man. Yeah, sure. Tell ya. Whatever. Die Jacqueline. Wer nennt seine Yacht denn Jacqueline? So, jetzt sind wir gleich da. Und dann lassen wir die Kamera hier Ja, passt gerne. Hey, this is the place up here. I know this dude, man. His name Howe. He's gonna look after me. Alright, take what's in my pocket. Couple thousand bucks. That'll cover, right? Yeah, it should be cool. So, you sure you're good? Yeah, I got this, alright. Oh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man. It's drop the bank off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You gonna get your head right, alright? Alright. Listen, thanks for today. Appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. You see? So, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. All right, it's clear. Wir lassen Amandas Autor appellieren. Who else the devil is Amanda? Es sieht auch gar nicht irgendwie kaputt aus oder so. Aber den, nein, den tun wir nicht aufmatzen. Den wollen wir nur reparieren lassen. Mit dem Auto fahren wir ja eh nicht mehr. Von dem her. Jetzt fahren wir das Ding noch zu Michael. Und dann... Das ist, glaube ich, gut mit der Folge. Okay. Jimmy? Or, just like... Jizzle? Nah, man. I'll just stick with Jimmy, homie. So, uh... What's the deal, man? Huh? You and my old man? I see you at the dealership. And someone steals my whip. And Papa's all like, he's been down there to talk to you. Shit. Das war's für heute. Er ist da da, um zu reden mit euch zu reden. Ihr Pops macht mehr als zu reden. Was macht er? Schau, Mann, wenn er dich nicht sagt, ich werde nicht sagen. Aber ich verletzei meine Arbeit und dachte, vielleicht kann er mir helfen finden. Mann, mein Vater ist aufgeregt. Er ist vollständig. Er ist nur markierbar. Er ist nur aufgeregt. Er ist nur aufgeregt. Mann, ich weiß nicht, Homie. Schau, Mann! Er ist okay für mich. Er ist okay für mich. Ah, Mann. Well, vielleicht sind wir zusammen. Supernatural. Beste Serie auf der ganzen Welt. Carry On My Way What's On von Kansas. Eines der allergeilsten Lieder auf der ganzen Welt. Aller Zeiten. Schau, ich bin sorry, mein Vater hat deinen Job verloren. Es ist hart da draußen. Ich meine, ich habe mich nicht aufgeregt. Ich habe mich nicht aufgeregt. Oh, du bist gut, Mann. Hey, das ist schwer. Du bist nicht aufgeregt, Homie. Ich habe mich nicht aufgeregt. So geil. Ich bin da, Homie. Du hast deine Resümee rausgebracht, aber niemand ist aufgeregt, ne? Nein. Was zur Hölle? Ich, äh... Ich bekam keinen Job. Ich hatte nie einen Job. Es fühlt sich als hartes Arbeit. Wie? Der Tag hat einfach nicht aufgeregt. Hey! Du spielst Recht zur Slaughter? Nein. Nein, seit dem ersten Paar. Yo. Also, seitdem wir beide unabhängig sind, könnten wir zusammen gehen, weißt du? Ja, ich denke mir, Homie. Oder wir könnten, wie gesagt, Shopping, you know? Play Darts, or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude. I get real crazy. Yeah, I got your numbers, shit. I need you, man. Hey, you know what? Man, go easy on your pops, dawg, alright? Alright, Church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, cause my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, Homie. Peace. Alles klar. Schneller fangen. Naja. Und Kratzer. Naja. Franklins Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Fahrzeuge können bei diesem Symbol... Achso, okay. Garagen können jetzt erworben werden. Okay. Alles klar. Nee, danke. Tschüssl. Okay, hier unten hat's so ne... so ne Garage... in der Grove Street. Ich denke, die holen wir uns beim... nächsten Mal dann aber erst. Denn jetzt ist die Folge vorbei. Und ich freue mich, dass ihr zugesehen habt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. oder... kommentiert einfach irgendwas. Wenn ihr den Kanal abonniert, dann verpasst ihr auch kein neues Video mehr. Und... bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.